Das war eine Sicherheitstechnik. Diese Technik oder diesen Typ der Gebäude finden Sie überall in Indien, wo die Verstüngungen sind. Diese Technik ist schon da. Okay, gehen wir noch. Die Technik ist schon ein Dürrün. Die Technik ist schon ein Dürrün. Hier ist es ein kleiner Schmacher. Es gibt eine kleine Schmacher. Hier sind wir uns im Ausblick. Hier werden wir die Hände in die Hände. Wenn wir den Umweg zurückkecken, dann werden wir das eine Schmacher. Da sind wir die Hände. Das ist die Hände. Da sind die Hände. Die Hände, die Hände im Ausblick. Da sind wir bereits über die Hände. Da haben wir die Hände. Wenn wir die Hände schreien, dann haben wir die Hände. Das ist das, was das ist das, das ist das Hände. Wir haben das dann, Ich habe einen schönen Tag, der Matho-Singh ist. Ich habe einen schönen Tag, den ich mir in der Kirche. So, es gibt hier für Erinnerungen? Ja, noch für Erinnerungen. Und wissen Sie, das heißt Tor. Tor. Der 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 Tor. Ja, der Tor. Der Tor. Der Tor. Der Tor. Der Tor. Der Tor. Hallo. 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 Hier gibt es den Tempel von Gotti Ninem. Hier ist Winter Palace oder Winter Zimmer. Und auf der linken Seite ist Doma Zimmer. Das heißt auch Shishmahel in Hindi und das wurde ihm nur im Winter benutzt und den Maharaja und seine Königin. Er hat zwei Königinnen damals, der Maharaja damals hieß Mirza Sawai Jaising. Und die Architektur ist hier am besten, eigentlich in Rajasthan haben wir sehr heiße Temperatur. Und Winter sind auch sehr kühl manchmal. Und wie wir es schon wissen, dass diese Festung auf den Bergen liegt, das bedeutet, Winter sind auch hier sehr kühl. Gibt es eine Architektur, die im Winter schützt, gegen Winter schützt? Gehen wir dort und sehen wir, was es dort gibt. Hier sind die Da haben wir alle im Hintergrund und die in die Hälfte sein. Das ist die Haltung des Häusers. Das ist die Haltung des Häusers. Das ist die Karmia. Das ist die Hälfte. Die Hälfte haben wir jetzt noch gewonnen. Das ist richtig. Wir gehen hier, gehen hier. Wenn wir gehen, gehen wir gehen. Das ist nicht so gut. Wir können nicht verstehen. Wir können nicht verstehen. Die Leute bekommen aber sie nicht einfach. Sie sind die damit. Ich bin ein Teil für die Partikularer. Ich habe die Namen nicht so. Sie sind gut. Du hast es gemacht, ich habe mich. Sie haben uns in Punjab einen tollen Ansatz. Da haben wir neue Partik. Im Übrigen die Partik. Die Partik werden alles neu genannt. In der Technologie, die man mit dem neuen Tec-Lin hat. Das ist egal. Das ist egal. Bis zum nächsten Mal.